Mein Name ist Konstantin Weiland, ich bin Co-Founder von TaskRookie, einer Online-Plattform für Dienstleistungen. TaskRookie ist ein Online-Might-Platz, wo du schnell und einfach Dienstleistungen finden kannst. Sprich, wenn du ein Key-Ambau aufgebaut brauchst oder dein Lappen montiert hast, dann ist TaskRookie perfekt. Wir wollten eine ganz einfache Lösung entwickeln, wie Leute schnell und einfach zu den richtigen Personen kommen. Ich richte mich extrem an Leute, die einfach sagen, mach mal einfach nicht zu lange nachdenken, nicht Monate planen, sondern einfach schauen, so schnell wie möglich das Umsetzen dazu kommt. Ja, die Entrepreneurship-Erbending ist eine wirklich coole Konferenz. Die ganzen Leute, die dort unterwegs sind, ist einfach so inspirierend. Wir haben dort die Möglichkeit gehabt zu pitchen und hatten danach auch ziemlich viele Instagram-Follow-Urs. Das hat uns definitiv geholfen, einfach ein wichtiges Video zu kriegen. Es nervt, weil ich immer Mr. TaskRookie gelatet, vorausgehen. Einerseits eben die Produktentwicklung. Das erste Produkt auf den Markt zu bringen und kein Feedback von den Kunden zu kriegen. Und natürlich die Finanzierung. Wir haben letztes Jahr eine erste Finanzierung bekommen. Jeder, der eine Idee hat, muss mit so vielen Leuten wie möglich darüber sprechen. Es ist ganz wichtig, dass du deine Idee auch validierst und da andere Leute davon überzeugt sind. In einem Jahr wollen wir schon in Deutschland sein und wir wollen wirklich die Plattform für Dienstleistungen sein. Das ist ganz wichtig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.